Komm, jetzt zahl! Okay, Tumble win ist schonmal okay. Wir brauchen bessere Multis. Am Ende. Oh ja, mehr, 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 mehr. Oh! Oh! Oh, bitte Rhee, bitte Rhee! Rhee wär so heftig. Nein! Oh, warum Rhee triggert der nicht? Das hätt so insane werden können. Wie viel ist das? 400? Ja. Oh, wieso gibt der nicht Rhee Trigger? Das hätt so ab... Ah! 100x Bonus. Digga, hätt der da Rhee Trigger reingemacht. Maaan! Timmel, was geht ab? Timmel! Bonus! Okay, Timmel, wir haben Bonus. Auf 3,50 Euro. Gönn jetzt bitte Timmel, es läuft so beschissen heute. Start auf Stufe 2, okay. Mehr Fische. Und das war's, okay. Timmel, gönn jetzt einfach bitte. Jetzt hier so 3, 400x, alles gut. Wir brauchen einen Angler. Angler! Aber der wär schon gut gewesen. Angler! Ja, der ist gut! Okay, 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 okay. Der ist sehr gut sogar. Der ist richtig gut. Ja! 400 dafür. Ja! Meine Güte, Alter. 6 Spins noch. Mehr Angler! Ja, okay! Mach dicke Fische nochmal. Dicke Fische. Ah! Okay. Jetzt nochmal. Ungefähr ein Huni. Ah, mehr sogar. Nice! Okay, der rettet ein bisschen. Wir haben jetzt noch die nächste Stufe. Kriegen wir heftig. Zwei Angler noch in 5 Spins. Ja! Einen noch! Digga, bitte Timmel. Gönn einfach. Einen scheiß Angler. Ja! Okay! Oh! Digga, dieses Huren-Spiel, Alter. Gönnt uns das Comeback. Ja! Ja! Oh, die Laune ist oben, Alter. Die Laune ist wieder oben. Ich belief. Das ist richtig. Ein Spin noch und dann Verlängerung. Die Laune ist wieder oben, Alter. Okay. Wir haben nochmal 10 Spins auf 3er Multi. Oh! Nein! Eingedrückt aus Versehen. Komm, gib einfach noch einen Hit auf der Stufe. Angler, oh! Gib Angler, oh! 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 Die Fische sind so dick. Angler, bitte! Ja! Mit Explosion, okay. Dicke Fische. Dicke, dicke Fische. Bitte. Ja, ein 70er sehe ich. Ja, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Das ist nochmal... Über 400, oder? Ich kann nicht rechnen. Zwei 70er sind das. Oh mein Gott! Ja! Junge, was? Nochmal 57er und Pop, Alter. Laune wieder oben. Laune wieder oben. Wir sind wieder über 2.300. Oh! Danke! Meine Güte, Alter. Auf ganz, ganz Krampf könnten wir sogar noch die 10er Stufe erreichen. Wie viele Spins haben wir noch? 5 Spins noch? Komm nochmal, Angler, 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 Angler. Gön nochmal. Gön nochmal. Gön nochmal. Gön nochmal. Letzter Spin. Egal, ich bin zufrieden. Ja, noch ein... Ja, der ist nochmal gut. Der ist sogar nochmal gut. Bam! Nochmal 300. Okay. Ja! Meine Fresse, Alter. 1,8 dafür, Alter. Wie sind das insgesamt? Wie sind das insgesamt? 500x Bonus. 1,9! Junge, was? Ah, die Linie hat nochmal gezahlt. Okay. 1,9, Alter. Damit sind wir wieder oben. Ah! Perfekte Scheiße, Alter. Ah! Ah!